Rund 1 Nenne einen Wiener Bezirk, welcher mit S aufhört. Er hat einen Hals. Ein Wiener Bezirk, der mit S endet, ist Simmering, der elfte Bezirk. Stimmt, ja. Rund 2 Wie viel Prozent CO2 haben wir in der Atmosphäre der Erde? Pah, 2% im einstelligen Bereich irgendwie, oder? Der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre beträgt etwa 0,042%. Final Round Ist dieses Bild KI generiert? Es kommt jetzt, ich glaube, die Kassel, ein Nero. Also ich glaube, es ist von der KI generiert, weil es extrem gekünstelt ausschaut, weil es nicht wirklich dreidimensional ist, also es schaut aus wie so freigestellte Elemente. Es ist nicht natürlich, sondern es ist eigentlich eben gephotoshoppt oder halt durch künstliche Intelligenz zusammengebaut in dieser Form.